Kris Jenner braucht offensichtlich das Rampenlicht. Während alle Welt auf ihren Ex Bruce Jenner schaut, der immer jünger und weiblicher aussieht, fühlt sich die 58-Jährige wohl etwas vernachlässigt. Daher entschied sie sich zusammen mit ihren Töchtern eine Unterrichtsstunde im Pole-Dancing zu nehmen. Und wie gut sich die Mutter von Reality-TV-Star Kim Kardashian an der Stange macht, zeigte sie gleich auf Instagram. Es sieht also so aus, als wäre Bruce Jenner nicht der einzige, der eine kleine, altersbedingte Krise hat.